Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Denke einfach mal an eine Auseinandersetzung, an einen Konflikt oder eine Unstimmigkeit, die andere oder besser noch du selbst gerade jetzt haben. Schau von außen auf die beteiligten Personen und denke dann ohne zu werten darüber nach, was diese beteiligten Personen gerade tun. Und wenn du das festgehalten hast, dann versuch einmal die Ergänzung gerade dieser beiden Konfliktparteien zu entdecken und baue aus den beiden Einzelteilen ein Ganzes. Bei dieser Aufgabe fängst du am besten erst einmal mit leichteren Situationen an und arbeitest dich dann langsam zu den schweren Verletzungen vor. Und das gelingt einem auch nicht immer. Es gibt Konfliktsituationen auch in meinem Leben, wo ich immer noch daran bastle, ein Ganzes herauszufinden. Das gelingt nicht immer, aber man kann die Richtung schon mal anvisieren. Und zum Schluss stell dir vor, wie jede Konfliktpartei die andere weiden könnte. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.